Da können sie klären. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl! Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke. Und wenn du den Lupfer dann so perfekt ansetzt, dann geht das Ding auch rein. Und kein Keeper der Welt auf die Chance. Große Volle auch am Spielbergang.